Wie war die Reaktion von meinem kleinen Bruder Max, als er einfach mal in einem 1 vs. 1 gegen Alphastein verloren hat? Jetzt mach ich ernst, Alphakopf. Jetzt, jetzt mach ich dich kaputt. Ja, ich muss dich jetzt kaputt machen. Ich würde das hier nämlich gewinnen. Aber bitte, geh weg. Ey.